Heute leben rund 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Das sind rund 1000 Mal so viele, wie Menschen in ganz Deutschland leben. Viele Menschen glauben an einen Gott oder etwas Vergleichbares. Viele glauben an einen gemeinsamen Ursprung, Schöpfung genannt. Gläubige spüren eine Art Geborgenheit, die sie bei Gedanken an Gott oder in der Natur fühlen. Sie empfinden Liebe oder ein Einssein mit allem. Weit über die Hälfte aller Menschen glauben an eine der fünf größten Religionen auf der Welt. Das Christentum, den Islam, das Judentum, den Hinduismus oder den Buddhismus. Deshalb sagen wir zu diesen fünf Weltreligionen. Innerhalb jeder einzelnen dieser Weltreligionen gibt es wieder verschiedene Glaubensrichtungen und Unterschiede in der Vorstellung und Ausübung des Glaubens. Obwohl sich die Religionen oder Glaubensrichtungen im Grundsatz ähnlich sind, will es jede Recht haben. So gibt es Hass und Gewalt von manchen Gläubigen. Aber nur wenige Menschen benutzen Religion, um Krieg und Terror zu begründen. Und mit Gott und Glauben hat das wenig zu tun. Die meisten Gläubigen leben friedlich und respektvoll zusammen. Und in jedem Land der Welt gibt es Gläubige aller Weltreligionen. In Europa leben überwiegend Christinnen und Christen. Doch es gibt auch viele Menschen, jüdischen, islamischen, hinduistischen, buddhistischen oder anderen Glaubens. Bestimmt auch in deiner Klasse. Ich will jeder zu seinem eigenen Gott beten und dann die anderen in Ruhe lassen.